Unifit Stufe 1 Erfahrungsbericht vom 17.09.2021 Liebe Anastasia, meine Teilnahme liegt nun schon über drei Jahre zurück. Fürsorglich, fröhlich und engagiert hast du wertvolles Wissen gelehrt und noch immer wende ich dieses mit Freude an, denn es verbessert mein Liebesleben außergewöhnlich. Zunächst sich zu trauen, den Fokus auf die weiblichen Reize zu richten und auch bewusst damit in der Öffentlichkeit zu sein. Es macht einfach eine positivere Ausstrahlung. Und deine Erklärungen, dass die Vagina ein muskulöser Schlauch ist, bestehend aus mehreren Muskeln, der von uns gesteuert und sich bewegen und zusammenziehen und öffnen kann. Es ist wirklich so, wenn der Mann in uns eindringt, können wir ihn in uns verwöhnen und er wird dies als besonders empfinden. Das wiederum können wir spüren und es steigert auch unsere Liebeslust. Durch das Training von Unifit lernte ich viel, viel mehr bei den Berührungen zu empfinden. Früher hatte ich nur Orgasmen mit dem Vibrator an der Klitoris, beim Sex nie. Nach vielen Übungen habe ich seit einiger Zeit Orgasmen beim Sex in mir und sogar mehrfach beim längeren Sexspiel. Dieser Wandel ist für mich fantastisch. Und es wird immer noch besser. Seit zweieinhalb Jahren habe ich einen liebevollen Partner, der die sexuelle Gesundheit und den Genuss sehr schätzt und kunstvoll lange mit mir spielt. Das ist natürlich optimal. Dass ich mehr und mehr empfinden kann und mein Kopf dies zulassen kann, hierfür hast du Wege gezeigt, um dorthin zu kommen. Bis dahin war die Sexualität eher ein Tabuthema, das verschwiegen wurde, da es nicht so wichtig war. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ich fühle mich viel wohler mit mir selbst. Und dieses Glücksgefühl breitet sich auf mein ganzes Leben aus. Man sollte sich doch wichtig sein, oder? Also ich kann diesen Kurs nur jeder Frau empfehlen und den Männern ebenfalls, die sich und uns Gutes schenken möchten. Die vermittelnden Kursinhalte reichen weit über die Intimität hinaus. Sie fördern die Gesundheit und ein glückliches Leben. Dann, wenn man dafür bereit ist. Immer wieder gerne ein herzliches Danke für deine fortlaufend wundervolle Arbeit, liebe Anastasia. Herzliche Grüße, Birgit.